Musik In Hamburg ist der Bär los. Hoher Besuch aus der Arktis. Das ist Emma. Sie hat eine lange Reise auf sich genommen und hat ein ganz bestimmtes Ziel. Zum ersten Mal steht sie auf einem Großstadtbahnhof und selbst die Rolltreppe ist kein Hindernis für die findige Bärin. Sie ist begeistert von den freundlichen Menschen in der Hansestadt. Bestimmt werden sie ihr helfen, den Weg zum Eismeer zu finden. Denn das ist Emmas Ziel, der Tierpark Hagenbeck. Doch wo geht es lang? Den Ausgang hat sie schon einmal allein gefunden. Doch die Stadt ist so riesig, dass Emma Hilfe braucht. Musik Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und finden Sie Emma. Weitere Infos auf hagenbeck.de Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020